William Franklin übernimmt eine Lehrerposition in der Besserungsanstalt. Im Gegensatz zu den anderen Erziehern ist er kein Geistlicher. Die Polizei bringt den neuen Schüler Patrick Delaney in Handschellen zur Schule, einen weiteren schwierigen Teenager, der zu zweieinhalb Jahren wegen Diebstahls verurteilt wurde. Franklin schickt den schuldigen Streit an, um dies dem Priester John zu melden. Danach ließ der Junge mit blutigem Gesicht unter der Aufsicht des Priesters ein Gebet an der Wand vor. Auf der allgemeinen Versammlung hört Priester John ein Rülpsen. Patrick Delaney leugnet, dass er es war. Danach schlägt der Priester ihn. Franklin greift dann in den Erziehungsprozess ein und packt Johns Hand, was ihm überhaupt nicht gefällt. Nachts weckt John plötzlich die Schüler und befiehlt ihnen, ihre Nachthemden auszuziehen. Draußen werden sie gezwungen, mit ausgebreiteten Armen zu stehen. In einer Toilettenkabine vergewaltigt Priester Mark einen der Schüler. Der Priester versucht das Opfer mit Süßigkeiten zu besänftigen und deutet an, dass der Junge den Mund halten soll.